Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute behandle ich gleich mehrere Themen, die sich direkt oder indirekt um die Elektromobilität drehen. Der Titel ist dabei kein Clickbait, ich habe mir nur eine etwas nachgeschärfte Headline einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt zunutze gemacht. Wie das genau gemeint ist, erkläre ich euch natürlich. Wir beschäftigen uns aber auch mit einem gern genommenen Gegenargument zur Elektromobilität. Oder vielleicht eher einer Ausrede. Oft liest man in Kommentaren, dass der, die oder das Schreiber sofort aufs Auto umstiege, wenn man damit 400 Kilometer ohne nachzuladen fahren könne. Schauen wir doch einfach mal, wer davon nach dem heutigen Video auch Taten folgen lässt. Zusätzlich werfen wir auch noch einen kleinen Blick in längst vergangene Zeitalter und betrachten uns Eingriffe des Menschen in die Natur, als das Wort Umweltschutz vermutlich noch nicht mal erfunden war. Die Basis für dieses Video war eigentlich recht simpel. Meine Gattin wollte gern zu einem Spezialgeschäft etwa 120 Kilometer südlich von uns und natürlich würden wir da mit dem E-Auto hinfahren. Da es für mich dort aber voraussichtlich nichts gäbe, suchte ich nach einem möglichen Besichtigungsobjekt in der Nähe und wurde recht schnell mit einem auch für diesen Kanal interessanten Ziel fündig. Es geht primär um Fische und Strom, aber auch wie gedankenlos oder besser profitorientiert früher mit Mutter Natur umgegangen wurde. Dazu aber gleich mehr. Wie so oft in letzter Zeit war die Vor- und Nachbereitung des Videos voller spannender und zumindest für mich auch neue Erkenntnisse. Betrachten wir uns zuerst nochmals die Ausgangslage. Wir würden mindestens 240 Kilometer unterwegs sein und auf dem Rückweg wollten wir noch ein paar Sachen besichtigen. In Summe rechnete ich somit um die 300 Kilometer Tagesfahrleistung. Machte ich mir da in irgendeiner Weise vorher einen Kopf wegen? Nein, no, äh, niente, nada, rien. Wozu auch? Ich würde den Niro auf 100% hochladen und hätte mehr als genug Reichweite zur Verfügung. Der einzige Plan, den ich hatte, war besagtes Ziel herausgesucht zu haben. Mit irgendwelchen Reichweitenängsten oder Ladesäulen suchen beschäftigte ich mich in keinster Weise. Als wir morgens losfuhren, zeigte der Niro uns muntere 430 Kilometer verfügbare Reichweite an. Auf dem Hinweg würden wir überwiegend Autobahn fahren. Wer die A46, A3, A4 und Co. kennt, wird wissen, dass es dort mit Rasserei ziemlich essig ist. Zudem führten die letzten knapp 15 bis 20 Kilometer nur noch über Landstraßen. Nachdem ich Frauchen abgesetzt hatte und an meinem ersten Zwischenziel angekommen war, standen 120 Kilometer in einer Stunde 43 mit einem Schnittverbrauch von 14,7 Kilowattstunden im Bordcomputer. Als Restreichweite wurden noch 322 Kilometer angezeigt. Mit den bereits zurückgelegten 120 prognostizierte das Auto also nun schon 422 Kilometer Gesamtreichweite. Verwunderlich war das jetzt nicht wirklich. Schließlich war ich mit dem Niro bereits mehrfach meine 384 Kilometer Pendelstrecke durchgefahren. Wenn eine ordentliche Effizienz auf einen hinreichend großen Akku trifft, ist das tatsächlich kein großes Hexenwerk. Ich war nun also an meinem Ziel angekommen. Unkel Mühle sagt euch nichts? Ich könnte ja zwar einen auf dicke Hose machen und erzählen, dass man das doch unbedingt wissen müsse, aber ehrlicherweise hatte ich die auch nur durch Zufall entdeckt und mich etwas damit beschäftigt. Die Unkel Mühle ist ein Wasserkraftwerk an der Sieg, dessen Name darauf zurückgeht, dass an diesem Standort mindestens seit 1601 die Wasserkraft genutzt wurde. Zuerst als klassische Wassermühle, bei der das Wasser ein Mühlrad z.B. zum Malen von Mehl antreibt. 1921 wurde das heutige Wasserkraftwerk von einem dort ansässigen Unternehmen errichtet, um seine eigene Stromversorgung sicherzustellen. Seit 1992 steht die eigentliche Kraftanlage unter Denkmalschutz. Ab 2010 wurde die Unkel Mühle dann Mittelpunkt einer Forschung zum Umweltschutz. Auch regenerative Stromerzeugungsanlagen haben recht häufig direkte Auswirkungen auf die jeweilige Fauna, also Tierwelt. In dem Zusammenhang werden ja auch die Windkraftanlagen gern heiß diskutiert. Stichwort Vogelschredder. Dazu mache ich euch aber noch ein gesondertes Video, deswegen solltet ihr euch jetzt ganz schnell den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wenn ich die gesamte Wahrheit zu dem Thema auf den Tisch lege. Kehren wir nun aber erstmal wieder zu unserem Wasserkraftwerk zurück, dessen Funktionsprinzip im Grunde das gleiche wie bei den Windkraftanlagen ist. Ein bewegtes Medium, hier also Wasser, wird genutzt, um Turbinen anzutreiben, die wiederum mit Generatoren verbunden sind, welche die Bewegungsenergie in Strom umwandeln. Man kann die reine Bewegung des Wassers nutzen, was sich die Zeitenkraftwerke an der Nordsee z.B. zunutze machen. Bei kleineren Flüssen wie der Sieg kann es aber leicht vorkommen, dass die im Sommer zu wenig Wasser führen und zu Hochwasserzeiten zu viel. Die ultimative Lösung für dieses Problem heißt natürlich Staumauer mit dahinterliegendem Stausee. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das bedeutet aber massivste Eingriffe in die Natur und lässt sich nur in engen Tälern sinnvoll umsetzen. Dafür lassen sich in eine solche Staumauer auch sehr kraftvolle Turbinen einbauen. Noch mehr Strom liefern dann die sogenannten Pumpspeicherkraftwerke, bei denen das Wasser in einen See auf einem Berg gepumpt wird und dann, wenn viel Strom benötigt wird, durch Rohre wieder ins Tal und durch Turbinen geführt wird. Aufgrund der großen Fallhöhen, die dort erreicht werden können, steckt sehr viel Energie im Wasser. Allerdings sind diese Kraftwerke nur zum Glätten von Spitzen geeignet. Ist der Bergsee leer, kann auch kein Strom mehr erzeugt werden. Bei Laufwasserkraftwerken, also solchen, die direkt in oder an Flussläufen stehen, wie hier an der Unkelmühle, wird sehr viel weniger Strom erzeugt, da die Fallhöhe des Wassers deutlich geringer ist. Dafür laufen die praktisch das ganze Jahr mit einer nahezu konstanten Leistung. Um dies sicherzustellen, wird auch hier oft ein Eingriff in den Fluss vorgenommen. Anstatt einer großen Staumauer wird aber ein eher niedrigeres Stauwehr eingesetzt. Diese Wehre, oder wie es technisch korrekt heißt, Querbauwerke, werden auch schon sehr lange in Flüssen verbaut, um sie schiffbar zu machen und zu regulieren. Auf die Art lassen sich in Verbindung mit einer Schleuse Höhenunterschiede ausgleichen beziehungsweise Fließgeschwindigkeiten reduzieren. Das war zum Beispiel an der Ruhe wichtig, als die Schiffe noch per Pferd über den sogenannten Leinpfad gezogen wurden. Der Umweltschutz spielte zu den Zeiten, als solche Wehre errichtet wurden, eine, vorsichtig formuliert, eher untergeordnete Rolle. Die Flüsse dienten als Kläranlagen, in denen praktisch nichts wirklich leben konnte. Man zog also einfach eine Mauer durch den Fluss und ließ eine Öffnung für die Schleuse oder, wie hier, den Zulauf zum Wasserkraftwerk frei. Wie gesagt, das wird seit langem so gebaut und ist keine Erfindung der Neuzeit. Das Wehr hier in Hattingen wurde 1744 in die Ruhr gebaut. Dort gab es ebenfalls eine Wassermühle und auch dort ist heute eine kleine Turbine verbaut. Auch hier machte man sich also vorhandene Strukturen zunutze, um Strom zu erzeugen. An der Unkelmühle sind derzeit drei Turbinen mit zusammen 424 Kilowatt Leistung verbaut. Ja, ich weiß, jetzt wird manch Tesla, Porsche oder BMW E-Autofahrer postulieren, dass sein Auto viel mehr Leistung verbaut hätte. Das ist durchaus richtig, allerdings kann kein Auto seine Maximalleistung 365 Tage im Jahr über 24 Stunden abgeben. Die Turbinen eines Wasserkraftwerks müssen nur bei starkem Niedrigwasser oder Hochwasser zum Eigenschutz gedrosselt werden. Ansonsten laufen die das ganze Jahr durch. Dies ist auch einer der Hauptvorteile der Laufwasserkraftwerke. Die sind ideale Grundlastanlagen. Früher war noch mehr elektrische Leistung erzeugbar, auch wenn der Wikipedia-Artikel zu Unkelmühle an der Stelle wohl falsch sein dürfte. Dort ist von 8000 PS die Rede. Das entspräche 5,88 Megawatt. Es waren wohl eher 800 PS, also 588 Kilowatt. Wer übrigens meint, dass Umweltschutz eine Erfindung unseres Jahrtausends wäre, den muss ich enttäuschen. Bereits beim Bau 1921 musste eine Fischtreppe, ein sogenannter Denilpass, vorgesehen werden. Das ist ein schmaler Kanal, der immer wieder durch quereingesetzte Querstreben in kleine Becken unterteilt wird, sodass es zumindest starke Fische wie Forellen schaffen, die drei Meter Höhenunterschied flussaufwärts zu überwinden. Allerdings waren die damaligen Kanäle sehr schmal ausgelegt. Das hauptsächliche Wasser sollte ja über die Turbinen laufen und nicht für Fische verloren gehen. Im 20. Jahrhundert wurden die Flüsse dann immer mehr von ihrer Rolle als Abwassertransporteure befreit. Bei uns um die Ecke wurde gerade ein weiterer Abschnitt der Ruhr zum Baden freigegeben. Fische konnten sich wieder vermehren und es wurden auch ursprünglich in unseren Flüssen ausgestorbene Tiere wie der Lachs erfolgreich wieder angesiedelt. Lachse sind bekanntermaßen Langstreckenschwimmer. Sie wachsen im Süßwasser auf, leben dann im Salzwasser, um später ins Süßwasser zurückzukehren, um zu laichen. Was ich bei der Vorbereitung dieses Videos gelernt habe, dass dies auch für Aale gilt, nur genau umgekehrt. Die Laichen 4000 Kilometer entfernt im Salzwasser und kehren dann in Süßwasserflüsse zurück, um dort erwachsen zu werden, bis sie zum Laichen zurück ins Salzwasser schwimmen. Wie die Aale es schaffen, aus dem Ozean in die ihnen völlig unbekannten Flüsse zu ziehen, ist eines der Rätsel, die Mutter Natur noch für uns bereithält. Da soll doch glatt nochmals jemand behaupten, dass YouTube-Filmchen nichts für die Bildung täten. Durch dieses erfreuliche Anwachsen der Fischpopulationen ergaben sich jetzt aber zwei Probleme. Erstens war die damals angebaute Fischtreppe viel zu klein geworden. Es bildeten sich fast schon Staus. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, wenn in Kanada die Grizzlies in den Stromschnellen stehen und einen Lachs nach dem anderen fangen. Hier muss es wohl so ähnlich gewesen sein, nur dass dort keine Grizzlies, sondern Raubfische wie der Hecht sowie Fischreiher und Kormorane an der reichlich gedeckten Tafel saßen und die Fische ohne große Mühe aus der Rinne holen konnten. Hinzu kam das Problem, dass diese alten Fischaufstiege für diverse Fischarten nicht durchschwimmbar waren. Verschärfungen der Umweltschutzgesetze, insbesondere zur Durchgängigkeit von Fließgewässern, taten ihr Übriges, dass sich die Betreiber solcher Stauanlagen etwas einfallen lassen mussten. Die Lösungen können da höchst unterschiedlich ausfallen, je nach vorhandenem Platz und zu überwindender Höhe. Hier am Baldenei-See haben wir zum Beispiel einen echten Fahrstuhl für Fische. Zwei mit Wasser gefüllte Körbe heben die Tiere die neun Meter hoch oder fahren sie auch wieder herunter. Bei kleineren Höhenunterschieden und ausreichend Platz werden eher Fischtreppen eingesetzt. Auf der Aufnahme, die ich euch nun einblende, sieht man rechts den Fischaufstieg und auch zumindest teilweise die Kanurutsche der Unkelmühle. Denn auch die Freizeitsportler wollen berücksichtigt werden. Dieser Umbau erfolgte bereits Anfang der 90er Jahre und stellte die erste größere Veränderung zugunsten des Umweltschutzes dar. Wir werfen auch noch einen kurzen Blick auf die Fischtreppe in Wuppertal-Bayenburg. Da kann man das Prinzip noch etwas besser erkennen. Neben der eigentlichen Staumauer führen hier mehrere in Serpentinen angelegte Becken vom Niveau des Sees hinunter in den eigentlichen Lauf der Wupper. Bei geringeren Fallhöhen wie an der Unkelmühle oder auch bei uns in Hattingen am Wehr der Birschelmühle, die übrigens auch beim letztjährigen Hochwasser ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, werden die Treppen oft auch einfach gerade angelegt. Dort helfen große Steine als Strömungsbrecher, den Fischen sich zwischendurch etwas auszuruhen. Sie finden die ihnen zugedachten Aufstiegshilfen übrigens recht einfach, da die meisten dauerhaft im Wasser lebenden Tiere sogenannte Seitenlinienorgane besitzen, mit denen sie Strömungen recht präzise bestimmen können. Sie müssen also nur eine Stelle mit hinreichend Strömung und ohne Wand davor suchen und schon können sie die Treppen nutzen. Beim Fischlift am Baldeneihsee wird sogar extra eine künstliche Strömung erzeugt, um die Fische anzulocken. Je nach aktueller Zugrichtung kann es aber auch sein, dass sie flussabwärts, also mit der Strömung schwimmen und hier lauert dann das zweite Problem, in Form zum Beispiel von Turbinen in Wasserkraftanlagen. Die Fische könnten natürlich auch einfach die Treppe bergab nehmen, aber wie vorher schon mal erläutert, wird die größere Wassermenge zu den Turbinen geführt und mit diesem Hauptstrom wandern dann auch, zumindest teilweise, die Fische. Hier wird es dann durchaus gefährlich. Im Gegensatz zu einem Windrad, dem ein Vogel problemlos ausweichen könnte, werden Fische, die in den Einlaufkanal zur Turbine gelangen, in diesen hineingesogen. Der MDR machte daraus dann, Ihr werdet zugeben, dass dies nicht so arg weit von meinem Videotitel entfernt ist. Immerhin wird in dem Artikel nicht explizit auf den Strom mehr Bedarf durch die E-Autos verwiesen. Auf wissenschaft.de liest es sich nicht ganz so reißerisch. Welche Wasserkraftwerke sind für Fische besonders gefährlich? Spannend dabei ist, dass beide Publikationen sich auf exakt die gleiche Studie der Uni Magdeburg beziehen. Aber mit der Headline, die impliziert, dass erneuerbare Energien millionenfache Tiertöter sind, lassen sich natürlich viel mehr Klicks generieren. Ja, ich gebe es zu, ich bin da zumindest heute nicht viel besser. Schauen wir uns doch lieber die Fakten an. Bei den meisten aktuell verbauten Turbinen in Wasserkraftwerken, sogenannten Francis-Turbinen, strömt das Wasser durch einen Kanal oder eine Röhre, die Leitschaufeln und danach das eigentliche Turbinenrad an. Durch die Kraft des Wassers wird das Turbinenrad in Drehung versetzt und diese Bewegungsenergie wird danach im Generator in Strom umgewandelt. Schwimmt ein Fisch in die Turbine hinein, kann ihn das Turbinenrad direkt treffen und verletzen oder er wird an den Außenrand des Turbinengehäuses gequetscht und kommt dort zu Schaden. Die Turbinen unseres Kraftwerks sind 1,90 bzw. 1,40 m im Durchmesser und drehen sich einmal pro Sekunde. Die Gefahren sind dadurch logischerweise für große und langsame Tiere gefährlicher als für kleine Quirlige. Hier kommt jetzt der Pilotcharakter der Onkelmühle zum Tragen, von dem ich eingangs sprach. Bei diesem Projekt wurde eine Möglichkeit erforscht, größeren Fischen den Eintritt in die Turbinen zu verwehren oder zumindest zu erschweren. Hierzu wurden die sogenannten Rechen modifiziert. Das sind nichts anderes als Metallgitter, die normalerweise dazu dienen, größere Fremdkörper von den Turbinen oder sonstigen Einbauten fernzuhalten. Die meisten Einbauurlaufwerke wasserbaulicher Anlagen haben solche Rechen. Hier mal als Beispiel ein Hochwasserrückhaltebecken in Wuppertal-Ronsdorf. Und auch noch der Rechen vor dem Grundablass der Steinbachtalsperre. Bei der Auslegung der Rechen wurde bisher wenig bis gar nicht auf Fische geachtet. Es ging nur darum, so wenig schädliches Material wie möglich in die Rohre gelangen zu lassen, aber gleichzeitig genug Durchlässigkeit zu haben, damit die Rechen nicht zu schnell verstopfen und damit die eigentliche Aufgabe des Bauwerks nicht mehr gegeben ist. Eines der Probleme bei der Flutkatastrophe letztes Jahr war ja, dass diverse kleinere Kanäle recht schnell verstopften und das Wasser sich dann unkontrolliert seinen Weg suchte. Trotzdem zielte das Forschungsprojekt an der Unkelmühle genau auf eine Verkleinerung der Durchflüsse ab. Hierfür wurden die Abstände der Stäbe der Rechen drastisch verkleinert, um genau zu sein von 30 auf 10 Millimeter, damit insbesondere Junglachse und Aale nicht mehr in die Turbinenschächte gelangen können. Natürlich reicht es nicht aus, einfach nur die Rechen schmaler zu machen. Irgendwohin mussten die Fische, die bis zu den Vorbecken kamen, ja auch wieder wegschwimmen können. Und so wurde zusätzlich zur Fischtreppe noch ein Betonabstieg an das Gebäude angebaut, damit die verschiedensten Fischarten sicher zurück in die Sieg gelangen können. Ich blende euch die möglichen Wege am besten einfach mal ein. Die Grafik stammt aus dem offiziellen Abschlussreport des Landes NRW. Selbst Spezialforscher aus Norwegen, die sich mit den Wanderungen der Lachse genau auskennen und die eine Sondergenehmigung zum Einpflanzen von Sendern in Fischkörper haben, waren an dem Projekt beteiligt. Und tatsächlich ließ sich anhand dieser Senderdaten und Fischzählkammern zeigen, dass die Aale zu nahezu 100 Prozent den Turbinen entkamen und den Weg in den Rhein nehmen konnten. Bei den Lachsen waren es immerhin noch 95 Prozent, deren Signale sich weiter verfolgen ließen, wobei die Forscher bezüglich der Verluste eher Raubfische und Raubvögel in Verdacht hatten und weniger die Turbinenanlagen. Ausgehend von den 22,3 Prozent getöteter Fische, die in der vorhin erwähnten Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei errechnet wurden, ist das ein ziemlicher Erfolg. Allerdings würden die verkleinerten Rechenabstände nicht nur viel mehr Fische am Passieren hindern, sondern auch Treibgut und sie wären sehr schnell zugesetzt, wodurch die Turbinen kein Wasser mehr bekämen und somit auch keinen Strom mehr erzeugen könnten. Hierfür entwickelte man eine recht pragmatische Lösung. Vor jedem Einlasskanal der drei Turbinen sitzt jeweils ein überdimensionaler Besen auf einem Hydraulikarm, der eine vollautomatische Reinigung des Rechens sicherstellt. Manuell per Kran muss nur noch größeres Treibgut aus dem Becken gefischt werden, was den Wartungsaufwand der Gesamtanlage sogar noch etwas reduziert. Ebenfalls reduziert ist nun aber auch die Stromausbeute des Kraftwerks, da aus den schmaleren Rechen eine verminderte Anströmgeschwindigkeit resultiert. Zu Beginn des Projektes waren es noch fast 15 Prozent weniger Stromausbeute. Am Ende nur noch acht und die Verantwortlichen bei RWE sahen gemäß Abschlussbericht noch weiteres Optimierungspotenzial. Der ganze Spaß war allerdings auch nicht ganz billig. Es finden sich Presseberichte, wo sich Leute darüber echauffieren, dass man die vier Millionen Euro, die RWE und das Land NRW in das Projekt gesteckt haben, nur um ein paar Fische zu schonen, viel sinnvoller hätte ausgeben können. Ich finde solche Aussagen zugegeben ziemlich seltsam. Denn Pilotprojekte sind nun mal teurer als spätere Umsetzungen, die sich auf die gewonnenen Erkenntnisse stützen können. Hier ist es zum Beispiel so, dass sich ein extra für die Aale angelegter Tiefenausgang als überflüssig herausstellte, da die Fische ihn gar nicht nutzten. Bei einem Umbau weiterer Wasserkraftwerke kann man einen solchen also getrost weglassen. Viel wichtiger ist aber, dass auch bei umweltfreundlichen erneuerbaren Energien immer weiter geforscht wird, um ihren Einfluss auf Flora und Fauna zu verringern. Wie vorhin erwähnt, schauen wir uns das in einem weiteren Video auch noch für die Windkraftanlagen an. Die fossile Energieerzeugung, völlig egal ob in Kraftwerken oder Autos, ist und bleibt hingegen von der Förderung, den diversen Transporten, Veredelungen bis hin zur letztlichen Verbrennung über die gesamte Kette immer dreckig. Es gibt auch noch einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Unkelmühle liefert nun seit über 100 Jahren sauberen Strom. Sie wurde zwar 1966, 1992 und jetzt 2010 modernisiert. Aber im Gegensatz zu fossilen Energieerzeugern, wo ständig ein Rohstoff gefördert, transportiert und zugeführt werden muss, läuft so ein Wasserkraftwerk beinahe komplett von allein. Vergiftet keine Förderstätten und verschmutzt keine Luft. Meine Gattin hat ihr Shopping in der Zwischenzeit beendet und wir machten uns auf den Weg zum nächsten Ziel. Wir blieben dabei an der Sieg und fuhren zum sogenannten Siegfall. Hier haben wir einen der Orte, bei denen der Mensch recht intensiv in die Landschaft eingegriffen hat. Ich zeige euch das am einfachsten mal schnell grafisch. Wie viele Flüsschen und Bäche im Mittelgewirge, meandert die Sieg relativ stark. Das heißt, sie macht viele Bögen und an der Stelle sah es jetzt natürlich vereinfacht dargestellt im Grunde aus wie so ein Omega. Das heißt, der Fluss kam von da oben, machte dann hier so einen Bogen, eine große Schleife, eine große Schleife, lief dann hier wieder zusammen und dort lief er dann weiter. Jetzt war im Rahmen der Industrialisierung eine Bahnlinie geplant. Hier ist der Bahnhof in Schladern und es sollte dann eine Bahnlinie hier so lang führen. Das hätte natürlich erfordert, dass hier zwei Brücken über die Sieg hätten gebaut werden müssen. An der Stelle und an der Stelle. Die Kosten für diese Brücken wollte man sich dann jetzt sparen und so ist man einfach hergegangen und hat den Teil hier, das war ein Hügel oder ein Berg, so genau habe ich das nicht rausfinden können. Auf jeden Fall war da ganz schön was vorhanden. Es wurde einfach kurzerhand alles weggesprengt, sodass die Sieg einen neuen Verlauf bekam und in der Folge hier dieser ursprüngliche Arm mehr oder weniger trocken fiel. Also es ist jetzt wohl noch so ein kleines Rinnsaal vorhanden, alles andere fiel da aber trocken. Allerdings hatte die Sieg auf dem bisherigen Bogen einen Höhenunterschied von knapp sechs Metern überwunden. Den galt es nun auszugleichen und so baute man kurzerhand auch hier ein Querbauwerk ein, welches heute als Siegfall bekannt ist. Auch hier wurde an das Wehr bzw. den kleinen entstandenen Teich eine Wasserkraftanlage angeschlossen, die bis heute in Betrieb ist. Heutzutage ist das nur noch schwer vorstellbar, dass ein kompletter Fluss umgelenkt wird, damit die Bundesbahn sich den Bau von Brücken sparen kann. Zu Beginn der Industrialisierung war so etwas gang und gäbe. Diverse Bäche und Flüsse können da bis heute noch Geschichten zu erzählen. Ich hatte jedenfalls auch an dieser Stelle wieder etwas dazugelernt. Denn Flussbegradigungen zur Schiffbarmachung hatte ich bereits mehrfach gesehen. Eine komplette Trockenlegung einer Flussschleife war mir bis dato noch neu gewesen. Wir beschlossen nun, den Heimweg anzutreten. Allerdings wollten wir nicht über die Autobahn, sondern über Land durchs Oberbergische fahren. Ich finde es immer wieder erschreckend zu sehen, wie stark der Wald in unserer eigentlich baumreichen Gegend gelitten hat. Dürrejahre und Fichtenmonokulturen vertrugen sich nicht wirklich. Nach einer leckeren Zwischenstärkung kamen wir letztlich nach 256,4 Kilometern wieder zu Hause an. Im Akku waren noch 49 Prozent Rest, die für mindestens 200 weitere Kilometer reichen würden. Mindestens deswegen, da wir ab Mittag mit laufender Klimaanlage unterwegs waren, die auch bei einer Wärmepumpenausführung etwas Strom kostet. Eine reale Reichweite von 456 Kilometern und damit locker der WLTP-Werk des Niro wäre also möglich gewesen. Das Ganze ohne unterwegs da irgendwie drauf zu achten oder eine besondere Fahrweise an den Tag zu legen. Der Niro ist bei Landstraßentempo ein unglaublich effizientes Auto, sodass er sich mit 13,5 Kilowattstunden im Schnitt locker fahren lässt. Mit dem e-tron hätte ich mich da schon hinter einem LKW mit maximal 80 kmh klemmen müssen, um nur in die Nähe der Verbräuche des Niro zu kommen. Insbesondere, dass von der Sieg bis nach Hause eigentlich ständig bergauf und bergab ging. Ach ja, und apropos, man muss jeden Tag sein E-Auto laden. Wir brauchten den Niro seit dem Ausflug nur recht wenig. Es ist eine Woche vergangen, es kamen nochmals knapp 30 km hinzu und er steht nun bei 44% und über 180 km. Nächste Woche wollen wir noch einen Ausflug machen. Ich schätze, davor werde ich ihn das nächste Mal erst laden. Was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Ja, auch die erneuerbaren Energien haben negative Auswirkungen auf die Umwelt. Und wir werden sie auch für die E-Autos weiter ausbauen müssen. Aber im Gegensatz zu den Ölfirmen, denen das völlig egal ist, versuchen die lokalen regenerativen Erzeuger zumindest etwas zu tun und das zu verbessern. Ja, ich kenne die reinen Grinwaschel-Ladesäulen bei Aral und Shell, ladet er ja selber oft genug. Solange die aber nicht anfangen, sämtliche durch sie verursachten Umweltschäden, Stichwort auch hier zum Beispiel das Niger-Delta, auf eigene Kosten komplett zu sanieren, ist das reines Marketing-Blabla. Achtet man bei der Auswahl des passenden E-Autos nicht auf überflüssigen Bling-Blingen, sondern die Kernkompetenzen, Effizienz und Akkugröße, so braucht man auch keinerlei Reichweitenängste zu haben oder muss alle 200 Kilometer in eine Ladesäule. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die Ich-will-aber-800-Kilometer-am-Stück-Durch-Fahrextremisten. Dazu nur kurz von einem, der früher selber so drauf war. Das ist einfach nur dumm und ungesund. Für alle normalen Menschen gibt es heute schon passende E-Autos. Wichtig ist eigentlich nur, dass man eventuelle Markenbrillen abnimmt und einfach schaut, welches Auto das am besten passende für den eigenen Bedarf ist. Jedenfalls sehe ich das so. Euer Stefan Lenz Das ist einfach nur, Vielen Dank.